Welche Vorteile haben ETFs? Der erste Vorteil sind ihre Kosten. Kein anderes diversifiziertes Finanzprodukt hat niedrigere Kosten. Kostenminimierung muss ein Ziel eines Anlegers sein. Also alles, was ich nicht an Kosten ausgebe, ist mein Geld oder bleibt mein Geld, ist Ertrag sozusagen. Und bei Kosten sind ETFs einfach unschlagbar. Ein MSCI World ETF, kleines Beispiel, kostenmäßig im Vergleich zum größten deutschen aktiv gemanagten Aktienfonds. Das ist der DWS Top Dividende. Der ETF kostet 0,15% per annum an Verwaltungskosten, Management Fee. Und der DWS Top Dividende 1,45%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also zehnmal mehr. ETFs, ein Zehntel der Kosten. Transparenz. Es existiert kein transparenteres Finanzprodukt als ETF. Und wenn ich mein Geld, von dem ich irgendwann mal leben möchte, in irgendwas investiere, dann will ich verdammt nochmal wissen, in was das investiert ist. Und das ist zum Beispiel bei vielen Finanzprodukten, Lebensversicherung, aktiv gemanagte Aktienfonds. Ich weiß es doch gar nicht. Das ist doch alles Blackboxen. Nicht beim ETF. Es gibt kein transparenteres Finanzprodukt als ein ETF. Und Transparenz ist gleichbedeutend mit Ehrlichkeit. Einzelwertrisiko. Es besteht einfach nicht bei breit diversifizierten ETFs. Ich kann mit ETFs, es gibt auf der Welt circa 9.500 börsennotierte Unternehmen, also 9.500 Aktien. Ich kann mit einem ETF in praktisch alle diese 9.500 Aktien investieren. Einzelwertrisiko gibt es nicht mehr. Wenn eins von diesen 9.500 Unternehmen pleite geht, was natürlich geschehen wird, ist ja klar, und nicht nur eins im Jahr, dann verliere ich erstmal im Prinzip vereinfacht gesagt ein 9.500. Das ist meines Investments. Das ist ja schon mal nichts. Aber die anderen 9.499 Unternehmen, die profitieren von diesem einen Konkurs, weil die natürlich den Umsatz machen und den Gewinn machen in der Zukunft, den dieses gerade eben konkursgegangene Unternehmen, das könnte zum Beispiel Wirecard heißen, jetzt selber machen können. Also ich bin doppelt geschützt durch die hohe Diversifikation und dadurch, dass natürlich andere Unternehmen profitieren können von einem einzelnen Pleiteunternehmen. Gegenparteirisiko, Gegenparteirisiko ist jetzt kein so ganz geläufiger Begriff, aber immer wenn ich von jemandem an jemanden einen Anspruch habe, dann habe ich ein Gegenparteirisiko, weil dieser andere, der könnte ja unter Umständen diesen Anspruch, diesen finanziellen Anspruch nicht erfüllen. Es gibt kein Gegenparteirisiko bei ETFs. Warum nicht? ETFs sind Sondervermögen. Das heißt also, mein Geld, das Geld der Anleger, das in den ETF investiert ist, nehmen wir Beispiel MSCI World, das ist von dem Geld des ETF-Anbieters, also der Fondsgesellschaft, vollständig getrennt. Wenn die Fondsgesellschaft pleite geht, hat das keine Auswirkungen auf meine Vermögensposition. Also der größte ETF-Anbieter weltweit heißt BlackRock, den Namen haben sicher schon viele gehört. Wenn BlackRock pleite gehen würde, hat das für diejenigen, die in BlackRock ETFs, die Marke heißt iShares, die in iShares ETF investiert haben, keine negative Auswirkung. Und das Gleiche gilt für mich in Bezug auf die ETF-Anteile, die ich in ein Bankdepot, in mein Bankdepot reinlege. Wenn die Bank, die mein Depot verwaltet, pleite geht, spielt keine Rolle. Das ist ein bisschen nervig, müssen wir eine andere Bank suchen, mein Depot wahrscheinlich verlagern oder so. Aber ich verliere kein Geld dabei. Die Bank ist eine bloße Verwahrstelle. Und es ist ungeheuer wichtig, es sind immer noch nicht viele, immer noch nicht genug in Deutschland begriffen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Bankdepot in dieser Hinsicht und einem Bankkonto. Nicht das gleiche, großer Unterschied, zwei verschiedene Dinge. Bankkonto, wenn die Bank pleite geht, ich habe es vorhin schon angedeutet, mit den Bankenkreisen, Bankenpleiten, ist das im Prinzip erstmal steht das Guthaben, mein Guthaben im Feuer. Und bis 100.000 Euro kann man da noch, wie vorhin erwähnt, einigermaßen sicher sein, sein Geld zurückzukriegen. Darüber hinaus sehr, sehr fragwürdig. Warum? Weil bei einem Bankkonto ich das Geld der Bank geliehen habe. Ich bin der Kreditgeber, die Bank ist die Kreditnehmerin. Sie hat eine Verbindlichkeit mir gegenüber und das ist sogar ihr Geld, nachdem ich es ihr geliehen habe. Ich habe nur noch einen Forderungsanspruch, zivilrechtlich eine Forderung an die Bank. Und wenn sie die nicht zahlen kann, habe ich halt Pech gehabt. Bei einem Depot ist das anders. Das ist mein Geld, die Bank ist nur eine Verwahrstelle. So wie bei einem Schließfach, wenn ich ein Schließfach miete bei der örtlichen Sparkasse und die Sparkasse geht pleite, ist egal, da ist meine Rolex und ein kleiner Goldbarren drin, ist immer noch meine Rolex und mein Goldbarren, egal ob die Bank pleite gegangen ist oder zum Drittel mal pleite geht. Wissenschaft, ETFs ermöglichen prognosefreies wissenschaftliches Investieren. Man muss nicht so investieren. Ich werde heute erläutern, wie das geht. Man muss das nicht so machen, aber man kann es mit ETFs so machen. Und wer wissenschaftlich orientiert investieren möchte, der kann es nur mit ETFs machen. Also mit Einzelwerten ist das für einen Privatanleger realistisch nicht möglich und mit aktiv gemanagten Fonds oder Hedgefonds oder sowas natürlich schon zweimal nicht. Vorwissen, ETF investieren, also jede Art von Investieren bedeutet, ich muss wissen, was ich tue. Und deswegen seid ihr alle heute in dieser Veranstaltung. Also ich brauche Wissen dazu. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie viel Wissen brauche ich für eine bestimmte Tätigkeit, für eine bestimmte Art zu investieren. Und ETF investieren, wenn man das clever anstellt, erfordert weniger Vorwissen als alle relevanten Alternativen. Und das ist ja ein riesiger Vorteil. Ich möchte ja nicht Kernphysiker werden. Ich möchte doch einfach nur mein Haarföhn betreiben. Nee, brauche ich nicht mehr. Aber also weniger Vorwissen als alle relevanten Alternativen. Und weil es weniger Vorwissen braucht, ist ETF investieren im Prinzip auch viel kompatibler als alle anderen Arten, Geld anzulegen im Kapitalmarkt, viel kompatibler mit unternehmerischer Tätigkeit oder noch allgemeiner formuliert mit dem Ziel, sein Humankapital, ob als Angestellter oder als Unternehmer, zu maximieren. Weil nochmal beim Humankapital, da kann man die Tachonadel in Sachen Finanzen am stärksten bewegen.